Hallo alle, Neil hier. Ich bin am Flughafen von Vancouver und heute fliege ich nach Frankfurt. Ja, also mein ganzer Nachmittag heute ist auf einem Flug mit Lufthansa für acht oder bis neun Stunden und ja, es ist ein langer, langer Flug und ich hoffe, dass ich kann ein bisschen schlafen, weil ich ankomme morgens um acht Uhr. Also, ich möchte viel Energie haben zu Sehenswürdigkeiten und vielleicht ein paar Bukanlong besuchen. Ich liebe Bukanlong und so, ja, das ist mein Plan für morgens. Das ist alles für heute und haben Sie ein sehr schönen Wochenende und sehen Sie am Montag. Tschüss!